Also Leute, meine ersten Runden in Modern Warfare sahen ungefähr so aus. Der hat so schnell gebrannt die ganze Zeit, holy shit. Man stirbt richtig schnell in diesem Game, ey? Wie kann der Typ eine Heli haben, Mädels? Ja, spreng doch noch mehr! Hast du gesehen, wie oft der sprengt? Ey, die gehen mir so auf den Piss, weil die die ganze Zeit nur kämmen. Guck sie euch an! Wir machen nichts anderes, Alter. Beweg dich doch, Mann! Jetzt wird es Zeit, die KD zu versorgen. Ich hätte Triple Kill gemacht, aber er legt sich hin! Junge, er... Er no-scope mich? Ich wurde gestoppt. Und dann eh, die schützen nach oben. Der muss... Digga, dann campt er. Er kämpft und aimt auf eine Tür, Jungs! Er aimt endlich nur auf eine Tür! Und wartet die ganze Zeit in einem Raum! Ey, die sind so scheiße, die Gegner. Aber... Digga... Ach du Christ! Ich hab da sogar hingeguckt! Äh, äh, äh! Er campt! In der komischen Türche! Waaat? Fuck you kid! Ja... Wie ihr sehen könnt, hatte ich sehr viel Spaß. Und... Um in diesem Spiel überhaupt irgendwas zu erreichen, muss man einfach campen. Hallo! Hier camp ich! Geh wo anders hin! Ja, ich camp dir. Geh weg! Das ist mein Campspot. Ich hab das Talent, immer genau in die Nade reinzuwerfen... Äh, hier reinzulaufen. Nice! Digga, was für ein Opfer! Ja... Noch drei Kills, dann hab ich dieses komische Ding. Warum wird man so... Geh doch jetzt zu dem anderen! Du sagst, das ist mein Campspot und kommst wieder zu meinem Campspot. Geh, ich hab ein Kill gemacht. Mit der, mit der Clamour hier. Ja! Da ist auch eine dahin. Geil, ne? Wir campen nur und machen Kills. Oh, ich werde entdeckt! Ich werde entdeckt! Warum werde ich entdeckt? Ja, keine Sorge, meine Clamour macht alle Kills. Digga, digga! Oh, nice! Irgendwann sind wir campen. Ich hab 7-0, by the way. Weil ich campe. Ich hab 6-1. Ich hab da noch ein Dröhnchen da hoch. Digga, bitteschön. Okay. Das macht super Spaß, Digga, ne? Ja, wenigstens wirst du auch nicht vom Camper gekillt, weil du selber der Camper bist. Der Gejagte wird zum... Ne. Der Jäger wird zum Gejagten. Der Camper wird zum Cam... Der Gekampte wird zum Camper, Alter. Der Gekampte wird gecampt. Ach, schade! Wieder einen vor AC. So, dann jag die mal bei A. Ich hol mal einen Heli. Ich bewege mich keinen Zentimeter. Oh, schade. Ich brauche auch mal einen. Ne, ich auch nicht. Ich sitze ja im Heli, Lul. Der bewegt mich ja. Ich habe nichts gemacht und einen Kill gemacht. Oh, hell no! Oh mein Gott! Hat er mich weggefickt? Hallo Otto. What the fuck? Ein richtiger Terminator. Ich hätte mir die Killstreaker absolut nicht verdient, ey. Ich habe mich keinen Millimeter bewegt. Ein Kill! Ne, zwei. Ich habe den Gegner gerade reden hören. Auf einmal sagt einer, ne, wir sind Feinde. Ja! Ich habe zum ersten Mal so ein scheiß Ding. Angriff! Ich steuere aneinandersteil. Was kann man hier? Was glaubst du? Ja. Das ist normal mit der ist. Ich kann. Oh, schön Spawn strippen. Ach, man kann das selber steuern? Ja. Hä? Er spawnt hinter dem... Hä? Oh, jetzt können wir nicht mal arraschen. Nein, 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 nein! Ich kann nicht Spawn strippen. Komm raus, Pussy! Wo ist der denn? Pass auf, er ist vorbeizt nach hinten gelaufen. No, der... Wow. Gute Scheiße. Ja, hier kann man hoch. Wir müssen los, wir müssen los. Ich habe noch keinen Geist, glaube ich. Wo ist der Typ hin? Wo du bist. Digger, dann kommt er da, er geht da rein oder was. Ich will endlich Feuer haben für Call of Duty's. Dann kann ich die Gegner eigentlich boxen, Alter, wenn die in den Türrahmen kommen. Mhm. Jedes Mal kriegt's mein verfickter Charakter nicht mehr, um meine Waffe zu betätigen. Janis! Was denn? Wie weit geht's hier hoch, Digger? Ich kann hier schon sein... Ebene 7, Ebene 8. Oh my god. Er hat auch schon 14 Stockwerke grad hoch. Oh my god. Ich gebe das genau zu. Keine Ahnung. Kommt drauf an, welches Gebäude hier finden. Als ob hier einer hochläuft. Ey, Jungs, unter euch ist einer. Wo bin ich? Oh, wir sind oben, die macht... Ah, die machen so hoch. Was war das denn? Junge, ich lasse nach 3 Stunden hoch. Ey, Clever, ich habe ihn bekommen. Ja. So funktioniert das. Ja. Deswegen üben die das auch. Erkübt! Ich kann das schon, ich habe das schon perfektioniert. Was? Devcon? Devcon? Wir halten alle Flangen? Was ist das denn für eine Meldung? Wir haben gewonnen, weil wir alle Flangen haben. Jo, aber ne Brot! Ich gehe irgendwo rein, 800 Menschen ballern auf mich. Leute, wir werden einfach gewinnen. Geh auf E, geh auf E! Geh auf E! Geh auf E! Einstieg! Jo, aber ne! Wir gewinnen trotzdem. Die Karte habe ich noch nie geschickt. Nein, nein, eine Sekunde. Die haben noch eine Sekunde. Und wir haben gewonnen. Oder? Unsere Atombombe kommt! Unsere Atombombe kommt! Oh mein Gott, Jux, jetzt gehts los! Alter, Alter, Alter! Was? Warum ist das passiert gerade? Warum ist das passiert gerade? Haben wir jetzt gewonnen? Holy shit! Ey, wer bekommt die Kills? Alter! Das war voll cool! Äh, mal einer von euch im Team nehmen. Das ist ja ne riesige Idee. Wenn die Gegner nicht einnehmen und du alle Flangen hast, kommt ne Atombombe und du hast gewonnen. Bist du sicher? Ja! Ja, wir haben gewonnen. Das ist ja absolut nice. Digger, was the fuck was that? Oh, this you crazy mother... Bis zum nächsten Mal.